Legen wir jetzt einfach los, oder was? Wir gehen jetzt einfach... Ach, die Scheiße, die gerade leben. Alter, geil! Das ist sogar die Sprecherin. Geil! Die wild waters, dem Carl, dem hey... They've seen much to chill the blood. A deep hunger, a heart of fire... But dem always promise their freedom of the sea. Now though a new danger is coming on the tithes, Es ist bereits ein Veränder, dieses Weltkrieg zu sein. Und wenn es, was es einmal nicht gefunden wird, wird es... Achso. Willst du wissen, seinen Namen zu wissen? Einfach Metal Gear Solid. Ich höre dir zu. Ich höre dir zu. Hm. Alter, Juni, die Stimme ist so krass. Ich will einfach gerade das Demonstraut Intro noch mal hören, mit der Stimme. Soul of the Lost. Boah, ich bin so gespannt, Alter. Oh, wie schön der Himmel aussieht. Was jetzt? Ein Glas voll Dreck. Gewürze. Nein, das sind Gewürze. Das Oregano. Einfach die Asche von Omi runtergeschüttelt, ey. Ein Glas voll Pups. Schmeiß jetzt ein Feuer. Fluffpulver. Wickelgasse. 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 Boah, wir sind da. Wickelgasse. 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 Boah, es geht echt in die Wickelgasse. Guck. Auuu, SSS Creed, Alter. Knockdown-Gasse. Wir haben Modellchiff jetzt. Hä? Wir spielen einfach im Sandkasten. Hahahaha. Ui. Schönen guten Abend, Angel. Oh mein Gott, guck mal da hinten, Leute. Wo? Ist das da jetzt aufgetaucht? Oh, schatz. Wickelgasse. 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 Ja, sicher. Ab nach nimmerland. Seemannsgarne halten. Seemannsgarne halten. Wo kann man das denn nochmal nachlesen? Kuh gedrückt halten und dann Leertaste. Ah. Oh. Boah, Alter, das blöd. Der Gezeiten führt mich her dorthin, wo das Piratentraum auf ewig wären kann. Ach, des Piratentraum. Ah, ja. Können wir da auch irgendwie umblättern? Oder gibt's da noch nix zu umblättern? Ja, ja. Mit Kuh und E. Achso. Achso. Nicht jeder Seefahrer trägt den Piratenraum im Herzen. Äh, Traum. Und ein großes Übel sucht, ihn zu beenden. Es gibt solche, die ihm dienen würden. Die, die ein dunkles Zeitalter für diese Sea of Dees wünschen. Ist das jetzt das, was sie alles gesagt hat? Ich glaube schon, oder? Nee? Doch, doch, doch. Könnte sein. Doch, hat sie gesagt, ne? Der Fährmann weiß, wie fürchtet es doch ist. Ja, genau, genau. Also wir müssen in den Berg reinfahren. In den grünen Horizont, Alter. Oh, Mann, Alter. Die Sea of Dees braucht Piraten, die tapfer sind und treu. Mutig genug, sich der nahenden Dunkelheit entgegenzustellen. Schaut zum grünen Horizont, zum Schreien, der dich zu verwunschenen Ufern bringen wird. Ui. Um diesen Traum zu retten, das Piratenleben muss erst ein Leben gerettet werden. Geil, ey. Ach, du Scheiße. Nice. Okay, ja, dann auch geht's, oder? Kann uns in den Laden? Ja. Curry, hier mal kurz. Halt mal kurz. Oh. Warte, ich kann auch meinen Hund holen. Ich hab auch gewonnen da. Ach stimmt, wo hab ich denn hier den Arrasfad? Der Arrasfad. Der Arrasfad. Der Arrasfad. Der Arrasfad. Ihr müsst natürlich auch alle mit düsen, Alter. Ist ja klar. Begleiter, wo ist er denn? Da. Äh, Lennon? Ja? Komm, lass schon mal Anker lichten. Okay. Komme. Hallo. Hallo. Anbo. So Matrosen. Möge die Reise immer gut. Wie kann man die denn absetzen? Setz dich auf den Anker. Okay, ich mach äh, Segel. Segel setzen. Segel setzen. Alles klar. Hinterer Segel. Ich übernehme. Ah, das ist doch die Segellänge. Wo ist denn hier? Ach, da ist der Segel. Der Winkel. Ich bin ready. Oh, ich bin so gespannt, was gleich passiert. Ich auch, ey. Ich bin so ready. Guck mal, da vorne ist das Tor, Leute. Es kommt. Winkel. Nein, nein. Du gibst uns. Auch wenn wir den Wind drehen, ne? Das ist ne Katze? Ah, cool. Na, weiner hat ne Katze. Geil. Natürlich, ich verstehe die sich super. Boah. Ich bin so geil. So. Auf geht's. Joho. 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 Wenn man texten, kann man einfach Joho sagen. Ja, genau. Einfach Arr. Ja. Warte, warum kann ich nicht klettern? Wirst du da schnell reinfahren oder wie läuft das? Ich hab keine Ahnung. Wir können gerne den Säge ein bisschen hoch machen. Nicht, dass wir noch geblitzt werden. Aber die Musik, die Musik. Wir machen mal den Säge ein bisschen hoch. Altmast. Alles aufs Altmann. Ich bin so gespannt. Ich bin so verdammt gespannt, ey. Die Musik hört sich so geil an. Seid ihr bereit, ein Piratenleben zu sehen? Ich bin ready, Junge. Oh, das klingt so düster, Mann. Alter, die Katze hat einfach keine Angst vor nichts. Oh, Alter. Schnufels. Captain Jack schnufelt. Die hat auch schon, die hat auch schon Knochen an, die hat schon... Ich hab schon ein bisschen was die Kanzel. Okay, wir gehen rein, Jungs. Oh, Gott. Alter. Ich geh oben auf den Ausguck. Wirklich abgesägt zum Cabrio, ey. Wir fahren wirklich rein. Oh. Oh, Gott. Cutscene. Oh. Wir sind wirklich hier im Jenseits. Der Schiffsfriedhof. Alter, nee. Wow. Oh, die ist... Hier ist ein Papagei aufgeploppt. Die Toten sind im Wasser. Leno, komm her. Oh. Yo. Der hat einfach seinen Karafad getötet. Alter. Shiver me timpads. Shiver me timpads. Dead Man Tale No Tales. Anspielung. Trinkets and Coins. Trinkets and Coins. Trinkets and Coins. Fuck. Gott, wir können wir einfach in der Ost. Willkommen. Er ist weg. Wo ist er hin? Oh, Gott. Ey, da sind Schiffsracks vor uns. Oh, oh. Alter, die Musik, ey. Ich hab so Bock. Alter, guck mal ins Wasser. Alter, guck mal ins Wasser. Unter uns ist der Himmel. Alter, guck mal ins Wasser die Sterne. Da kommen die Fee. Oh, wo ist die Boote? Jo. Wo ist Jack? Oh, ist das geil. Heilige Leute. Müssen wir den raus? Ich snipe ihn raus. Alter. Alter, wie gut das ist. Junge. Ich sehe, alle anderen. Verlosen wir haben. Das sind all die Seelen, die wir schon auf dem Gewissen haben. Das sind alles die Streamsniper. Ja, genau. Fahrt ruhig und ewig. Alter, der ruhig tun. Oh. Oh, oh. Alter, das ist ja mega sick. Ich sehe keinen Jack Sparrow. Ich sehe niemanden. Ich glaube, wir müssen zum Kerker. Aber ich weiß nicht. Oh. 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 Oh, hier sind Geister. Unter Deck. Was? Hier stehen Geister. Oh. Stimmt. Wow. Und Josie sagt nichts. Sie lügt einfach. Hier ist einer. Gefangen. Oh, shit. Davy Jones redet mit dem Gehorchen. Über Deck. Ich kann die Stimme lauter machen. Ich kann die auch nicht lenken. Wir können gar nichts machen. Guck mal, hier ist. Zu unserer Rechte. Hast du gesehen, ne? Ja, ja. Hinter uns, vor uns auch. Wow. Boah. Die sind überall. Da sind... Das sind Geisterschiffe. Da steht sogar jemand am Lenkrad. Am Steuerrad. Oh, wieder Tor. Portal. Alter, da steht auch oben jemand am Turm. Wie gruselig das auch sieht. Auf dem Leuchtturm? Ne, auf dem Mast. Achso. Beim Schiff. Oh. Huh? Meine Kamera ist lecker. Ja, ja. Bei mir auch, bei mir, bei mir auch. Achso, okay. Lol. Wir gehen rein, Leute. Oh. Wie gut das ist. Kann man, glaub ich, nicht. Bis dahin, wahrscheinlich. Chat ist dabei, ey. Leute, seid da. Geil. Rein in den Spalt. Rein in den Spalt. Zieh uns rein in den Strudel. Hä? Das war... Ruhe. Hemmende Küsten. Vorsicht, da kommt was auf uns zu. Oh. Ich glaub es... Bist du am Lenkrad? Bist du am Steuerrad? Ich bin am Lenkrad, ich bin am Lenkrad, ja. Sollen wir denn hin? Ich weiß es nicht. Hier links sind, äh, sind Möwen. Wir könnten die Segel mal ein bisschen reinholen, weil... Mhm. Segel werden reingeholt. Oben geht rein. Wir müssen... Vorne geht rein rein, eigentlich. Müssen wir da anlegen? Ich glaub, wir müssen wir auf die Insel. Ja, ja. Würde ich jetzt erstmal schätzen, ne? Warte mal. Soll ich mal gucken, ob der Missionenhof irgendwas steht? Vielleicht? Ich guck mal auf die Karte unten. Ich glaub, die Karte... Ja genau, was ist da auf der Karte? Die ist komplett leer. Warte mal. Dann komm ich hier weg. Es gibt solche, die ihm dienen würden... Ich glaub, es geht ja gut, Karte. Ich glaub, es geht ja gut, Karte. Dann können wir uns erst mal hier umgucken. Tatsache. Das sieht gut aus hier. Ich glaub, wir werden nicht umsonst hierher geschickt worden sein. Mhm. Der Anker oder was? Ja, ich dreh erstmal so ein bisschen ein noch. Dann könnt ihr das Segel hoch und dann Anker. Okay, Segel wird hochgenommen langsam. Haben wir Segel nicht hoch? Achso. Ich schon, ich schon, ich schon. Okay, Anker geht raus. Anker kann noch. Legen wir vorne an bei dem... Nee, einfach hier, würd ich sagen. Waller raus. Waller raus. Waller los. Waller los. Yeah. Alter. Schnuffels hat geantwortet. Sind die immer noch Geister unter Deck oder so? Nee, gar nichts. Wir haben nichts auf der Karte, ja? Oh, hoch. Wir haben nichts auf der Karte, ne? Wollen wir einfach mal schauen? Ich würd sagen. Was sagt denn die Lore? Haben wir vielleicht irgendwas im Buch stehen? Nee, da steht nichts Neues. Da steht immer das Gleiche. Also, ich würd sagen, wir gehen mal an Land und schauen einfach mal, was wir so... Vielleicht finden wir hier den Kerker. Alter, wie das aussieht. Ja, aber wo lang? Unsere Tierchen kommen mit. Ja, die müssen reinlust natürlich. Hier? Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Der Sound. Also, es wurde auf jeden Fall schon gesagt, wir sollen uns gut umgucken. Eie. Sollen uns gut umgucken? Ja, dann schauen wir uns auf jeden Fall erstmal hier oben am Strand, würd ich sagen. Oh, hier geht's rein! Ja, da geht's rein, aber wir können ja den Strand hier noch weiter ablaufen, wenn wir uns so gut umgucken wollen. Oh, okay. Was machen wir? Also, ich denke mal, hier geht's dann gleich weiter, aber lass uns erstmal in Ruhe umgucken. Mhm. Wir können checken meine Strand ab. Weil, da steht ein Typ. Ja. Okay, alle Wirke führen hier nach oben. Das scheint hier alles zu bedeuten. Ja, jetzt komplett einmal lang nehmen. Ist alles, glaub ich... Ich glaub hier ist alles... Deko? Ja. Haben los. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß nicht, ob hier auch Gegner sind oder so. Ich hab keine Ahnung. Nicht, dass die mir gleich einfach ins Gesicht springen, die Pisser. Ich kann mir vorstellen, dass es hier noch Pianos ist. Ja, das kann sein, ja. Was wir noch so ein bisschen im Intro sind quasi. Ey. Weil der Vogel... Ja. Okay, dann gehen wir jetzt da vorne hin oder was? Mhm. Mhm. Jawohl. Leute, ihm die Glocken. Wollen wir mal weiter? Können wir nichts machen? Einmal bitte jemand zur Rezeption. Oh, geht's weiter. Geht's weiter. Geht's weiter. Es geht hier rein. Ja. Alter, der nächste Spalt. Es wird nass. Oh, Wasser. Nicht stolpern. Oh, okay. Okay. Junge, das ist einfach die... Das sind einfach... Das hört sich an wie Lautsprecher. Ich sag's euch. Als wär das... Als wär man irgendwie in so einer Warteschlange. Ohne Witz. Ich glaub, das ist extra gemacht. Ey, wir können die Laterne schwingen, um das Feuer hier mitzunehmen. In grün oder was? Ja. Ja, warte, warte, warte. Seelenflamme. Ui. Wie geht das? Ah, guck mal hier. Ich hab's, ich hab's. Ah, okay, warte. Müssen wir direkt entzünden hier. Jawohl. Wir sind würdig. Geht's mal raus hier. Geht's mal raus hier. Geht's mal raus hier.